Kannst du das Video von Jonas Ems und der Veganerin schauen? Da habe ich gerade irgendwie keinen Nerv für, um ehrlich zu sein. Nicht wegen Jonas, sondern eher wegen dieser Veganerin. Die ist irgendwie für mich so ein bisschen anstrengend anzuhören, ihre Stimme. Die hat auch hier so Dings, Digga, die hat so ein Musikvideo gemacht, ne? Wartet mal. Veganerin. Junge, die legt mehr Videos hoch als ich. Gefühlt. Warum frontest du jetzt Schirren David? David? Weil Baxi schreibt echt feministischen Rap, aber nimmt selbst ne Mutter die Muttermilch weg. Macht ne Mäcki-Werbung trotz ihrer Erfolge. Das ist Schirren David, sie tötet eine Freundin. Heuchlerin. Nicht vegan sein, nicht neist, ob die Tiersklaverei sich an Schwachen zu vergreifen, hassen wir. Jede Chicken, jede Kuh wollte leben, so wie du, Tüte, Pommes noch dazu. Das Ding ist, ich will euch kurz eine Sache erklären. Es gibt Leute, die haben eine Grundeinstellung, ich bin vom Ding her auch ein bisschen so, die haben eine Grundeinstellung, wenn dir jemand etwas vorschreiben will, so richtig auf Ernst. Also, so jemand sagt, hey, hör auf zu rauchen, du darfst nicht rauchen, lass das mal, das ist voll Kacke. Dann bin ich vom Ding her so, vom Typ her so, dass ich das dann erst recht nicht aufhöre, weil ich mir so denke, wenn ich jetzt aufhöre, dann sieht es so aus, hätte ich aufgehört, weil die Person es mir gesagt hat. Mäßig. Und ich will selber entscheiden, ob ich aufhöre oder nicht. Also, es war jetzt einfach nur ein Beispiel. Aber ich finde, die ist das perfekte Beispiel dafür, so mäßig, dass ich glaube, ihre veganen Einsätze bringen schon was. Klar, das macht übel die Welle, das erreicht voll viele Leute, keine Frage, aber ich glaube eher, Leute denken sich so, ja, wenn ich vegan bin, dann werde ich mit ihr in einen Dings gesteckt, in eine Kiste, in eine Schublade. So, und sie ist leider maximal cringe. Um das einfach, Hand aufs Herz kurz. Chat schreibt gerade, dass viele von euch auch so sind, ne? Ja, ich mag Autorität in manchen Fällen ungern. Fühle ich, ich bin genauso. Mir geht es genauso, ich bin genauso. Ich glaube nicht, dass ihre Message viel erreicht, sie wird eher als Unterhaltung angesehen. Nein, das glaube ich auch. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass wirklich einige Leute eventuell dadurch wirklich vegan geworden sind. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Aber ich glaube, es ist der falsche Ansatz. Weil das ist so, Leute reden darüber und es wird sich darüber witzig gemacht. Und damit wird sich auch über Veganismus witzig gemacht. Aber Veganismus ist nicht das, worüber man sich witzig machen sollte, weil es ist etwas, wo man wirklich aktiv Gedanken dran verschwenden kann. Weil Vegan sein ist schon ein guter Ansatz. Ja, so viel dazu. Das hassen wir. Warum seid ihr so gemein? Lasst Gewalt an Tieren sein, denn die Tiersklaverei, die hassen wir. Die hassen wir. Die hassen wir. Viel rosa Wimpern. Schieren die Glitzerprinzessin der Tierqual, merkt Wimpern auf Schlagmann, es ist dir scheißegal. Machst die Augen zu, puderst weiter deine Nase. Über Schminken kann man viel, aber niemals deine Taten. Überdenkst du etwa nie, hast die Tiere längst verraten. Eine richtige Verräterin. Sagst Hund, Katz und Maus, ja, die gilt es zu schützen. Noch zu nutzt ihr Sklaven. Spezies ist in deinem Bulldogge. Johnny kommt bei dir nicht auf den Grill, aber Rosalindesbein ist lecker. Bacon Mac, Schieren, Schieren siehst du nicht, du bist rassistisch zu Tieren. LGBTQ befreien, doch ne Kuh diskriminieren. Befreit die Tiere. Nicht vegan sein, nicht nach... Das war eine kranke Line. Schieren siehst du nicht, du bist rassistisch zu Tieren. Das tut halt leider ein bisschen weh. Das ist der falsche Ansatz. Ich sag's euch, wie es ist. Der komplett falsche Ansatz, um Leute dazu zu überreden, vegan zu werden oder davon zu überzeugen. Warum frontet sie die ganze Zeit Schieren? Weil Schieren in letzter Zeit viel Echtpelz getragen hat. Und es da so ein bisschen, äh, Dings gab, äh, wie heißt's, Shitstorm-mäßig. Und wegen McDonalds-Werbung, ja, deshalb ist sie auch da so in diesem McDonalds-État-Blazement. Vielleicht ob die Tiersklaverei sich an Schwachen zu vergreifen, hassen wir. Jede Chicken, jede Kuh wollte leben, so wie du Tüte-Pommes noch dazu, das hassen wir. Warum seid ihr so gemein? Lass Gewalt an Tieren sein, denn die Tiersklaverei, die hassen wir. Das ist, ich finde, ich finde, die, also guck mal, die drei Sätze, finde ich gut. Jede Chicken, jede Kuh wollte leben, so wie du Tüte-Pommes noch dazu, das hassen wir. Jede Chicken, jede Kuh wollte leben, wie du Tüte-Pommes noch dazu, hassen wir. Warum seid ihr so gemein? Lass Gewalt an Tieren sein, denn die Tiersklaverei, die hassen wir. Warum seid ihr gemein? Lass Gewalt an Tieren sein, die Tiersklaverei hassen wir. Wir, die vegan, die hassen wir. Wir, die hassen wir. Red Carpet Gala im Blitzlichter-Hadel, ein Tierleid-Spektakel mit Luxusformat. Magde den Bling-Bling-Rahmen des Gewissen vergraben. Komm, bring dich dazu, sie nicht mehr zu versklaven. Und wenn du jetzt sagst, das ist eh nicht so schlimm, dann lad ich dich ein zu Dominion, dem Film. Denn wenn es euch nicht wehtut, dann weil ihr niemals zusagt. If you're not vegan, you're an animal abuser. Come on, Tieren. Come on, Tieren. Also, die Aussage von den Sachen finde ich teilweise gut. Mäßig, du willst, dass dir nichts angetan wird. Du willst am Leben bleiben. Genauso wollen die Tiere auch am Leben bleiben, nur weil sie nicht mit uns sprechen können. So, ich finde auch den Ansatz voll cool. Es gibt Restaurants, wo man das Tier, was man isst, selber schlachten muss. Also, du musst selber, bevor du es isst, selber in der Lage da zu sein, das Tier umzubringen. Und das ist der Punkt, an dem sehr, sehr viele Leute scheitern, die eigentlich gerne Fleisch essen. Und das ist auch ein Punkt, wo man sich, glaube ich, sehr gut bewusst wird. Ey, wenn ich das Fleisch nicht einfach gerade für drei Euro auf billigem Marktfleischbasis bei Edeka hier mitnehmen könnte, dann würde ich das wahrscheinlich gar nicht machen. Dann würde ich kein Fleisch essen. So. Ja. Der Mensch unterscheidet schon sehr hart in Tieren. Der Mensch unterscheidet schon zwischen Schwein und Hund oder Katze und Hund. Äh, Katze und Schwein oder Katze und Kuh. Mit einer Kuh siehst du wenig Menschen kuscheln und dann Katze schon. Der Film Dominion ist nicht für jeden geeignet. Das haben nicht mal knallharte Veganer gepackt. Das macht echt den Kopf kaputt, wenn man nicht gefestigt ist. Krass. Was soll ich sagen, liebe Freunde? Die militante Veganerin. Schön. Tolles Musikvideo. Tolles Thema. Das ist ein Film über Massentierhaltung. Ich denke mal schon, ja. I think so. I think so. I think so.